George, Bob und das verlorene Geld Das ist George Und das ist Bob Hm, von dem Geld könnte ich mir eine neue Hose kaufen Ja, ich gebe es zurück Okay, warten Sie, Sie haben Ihr Geld verloren Oh, tatsächlich Vielen Dank, es ist aber nett, dass Sie mir das Geld zurückgeben Für Ehrlichkeit kriegen Sie ein Finan und ich schlage vor, wir teilen uns das Geld Oh, vielen Dank, es ist wirklich sehr nett von Ihnen Schönen Tag noch Tschüss So ein Glück, jetzt kann ich mir doch noch die Jeans kaufen Bis zum nächsten Mal